Buddhas Augapfel Was macht denn das? Kann man jetzt irgendwo einsehen was was macht? Questgegenstände oder was weiß ich Ob so ein Questgegenstand ist Materialien Wichtige Gegenstände Das geht natürlich auch Zwei Augäpfel von Buddha Ein Augapfel der den Kopf des sinkenden Buddhas an der Schreckensklippe entnommen wurde Er könnte sich an anderer Stelle einfügen lassen Cool Danke, es hat ja geholfen Nicht Ähm Links oder rechts Oder hier lang Sind wir schon ganz schön open world Hier gerade Hier ist ein Gegner Hier da lang wo die Gegner sind Da hab ich immer Aua Was war das denn von Mh Maschloch Na komm ich lad nochmal neu Ist ja bescheuert Ob mit fast die Hälfte weg So Haben wir nicht gewettet Ich muss aber was sagen Ich find den Boss auch echt Unfair Teils Diesen neuen Den wir gerade An dem wir gerade fest sitzen Weil So also Ist halt schwierig Hier ist wieder Feuer Das sagt vielleicht da weiter Ähm So schwer an einer Stelle Ist der gar nicht Wenn dieser Sandsturm nicht wäre Der wird aber nur immer härter Wie weiter man kommt Und das ist bei dem ja So dermaßen extrem Geben Man schon sagen kann Hey das ist doch nicht dein Ernst Ach come on Ich will den Ach egal jetzt Er trägt ja auch die Energie Er trifft nämlich normal Ich wusste es Ach egal jetzt Ist Kann ich den nicht einfach mal killen Normal Aha Ich würde sagen Ich hau den mit Magie weg Aber die will ich auch nicht verbrauchen So ein Spacken Rasten Hallo Na Ich denke jetzt reicht nicht Uh Look up Okay hier ist wieder Feuer Ich geh mal Oh Wollen wir dem Feuer folgen Hier ist auch Feuer Nicht hilfreich Wenn ihr überall Feuer aufstellt Uh Mache Söcke bevor sie sich ausbreitet Alter Aha Hier ist auch Feuer Ja cool Äh Ah Schon wieder Danke Noch ein paar Augäpfel von Butter Mhm Danke Was soll ich denn mit den Dingern Was soll ich denn mit den Dingern Also noch mehr Wollen wir die sammeln? Wollen wir die alle 99 haben? Oder Gibt es da eine Menge die man braucht? Also ich kann mir nicht vorstellen Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man 99 Stück von dem braucht Komm doch mal her Was denn? Leute Ich werd hier abgeschossen Ich muss erstmal Ich muss erstmal Klar Schiff machen bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme Hingehe Wie auch immer Letzterlich Aber vielleicht sollte ich den auch noch gar nicht machen Ne Wollen Ja Ich mach den dann später oder so Keine Ahnung Hey Warst du ein optionaler Boss? Den mach ich nie Ne Aber Will ich schon eigentlich ganz gerne Aber gerade will ich auch jetzt Ganz ehrlich hier weiter laufen Ich hab den jetzt schon so oft probiert Und ich hab auch übrigens witzigerweise gesehen Ähm Also Wo einer gesagt hat Das Elden Ring war einfacher als das Spiel hier Ich weiß es halt nicht Ich hab halt nie Elden Ring gespielt Oder nie sehr weit Ein bisschen Weiß Müsste ich auch nochmal als Display machen Wollte ich auch immer Baba Baba Ja Cool Aber so ein Butter Ey was ist denn hier los? Noch ein Augapfel Geil Kann ich denn irgendwie ein Ein Souvenirladen aufmachen? Oder das Augapfel Die Kollektion Für Sammler Aha Was ist das verloren? Wir sind hinter mir gehört Was war das? War das diese Steinfliege wieder? Und jetzt können wir nicht um den Gehen Na komm Huh Okay Cooler Trick An der Stelle Fucken Und tschüss Siehst du Geht doch So Ich sollte jetzt irgendwo hinkommen Wohin? Jetzt hab ich Zeit Ich unterhalte mich lieber mit Leuten Wenn ich nicht währenddessen Ruhe zu sterben Tatsächlich Ist ne komische Angewohnheit von mir Ist der hier unten? Ich glaub ja ne? Ist der da oben? Ähm Wo bist du denn überhaupt? Sag da mal was Mach mal Piep oder so Du musst hier in der Nähe sein Ich schätz mal der ist unten Ich geh auch unten Ich schätz mal der ist unten Aber jetzt Ich sag jetzt einfach dass er unten ist Er muss unten dann So wie ist das Gesetz Puh Alter Bei dem lieber Ganz ehrlich Magie Knallt das? Äh Widerlich Hallo Da suchen Ich fahr jetzt genug Okay Du willst dass ich in die Höhle gehe Und jemanden Weghau Okay Sollte übergehen Gereifter Ginseng Ah ja Und dann fällts da weg Prügel Schlimm als das eben Kann es ja nicht sein Aber da sind ein paar Nebenquests Ne Hm Wo ist denn die Höhle? Ist die Höhle hier? Wo denn? Halt doch die Klappe Kollege Schnuschel Da oben Alter leck mich So ne Höhle Und hier ein Felsviecher Wenn ich den Höhle Bin ich dann richtig Sag ich immer Und tschüss Was? Wieder ein Augapfel Ich bin auch Äpfelsammler Begeisterter Ey Nicht schlagen Nicht treten Was? Wo die alte aufwacht Weg mit der Jetzt wacht die bestimmt wieder auf Ja ja Hab mir gedacht Jetzt kann sie wegtreten Ah ja Gut zu wissen Danke Und ein Schluck trinken Und Augäpfel mitnehmen Ich bin ja wirklich ein Augapfelsammler Oder ist der Augapfel? Wie ist das hier? Geister Essen Ich glaube Mhm Ich bin ja Ja kia So Scheiße Scheiße Hä? Wie hast du dich getroffen? Direkt davor Wie geht's denn? Ah ja 32, nice. Oh, drei Punkte schon. Oh, da war noch einer. Ich hab getroffen einmal, ich glaub nicht. Tschüss. Ich glaube... Ich hab das mal mit. Ist das nicht hier? Das war anders. Ich hab das nicht hier. 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 Okay. Ich hab das nicht hier. 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 Rakenhand ist hier. Um. 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 Ah ne. Hier ging es ja nicht durch. Hm. Hier ging es doch nicht weiter, oder? Äh. Na. Hm. Ich hab ihn gehört. Aua. Ah. Verdammt. Was? Zwei? Ah ja. Stimmt. Fuck. Ja. Nein. Ja. Riesig. Au. Ja der erwischt mich jetzt. Klar. Einer muss es ja tun. So. Den da bekäle ich den ersten. Aua. Bis. Na. Hm 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 hm. Ähm. Ich bin jetzt eigentlich zurückgelaufen. Das ist ja das Problem. Ich bin zurückgelaufen. Ne. Da ging es zu ihm. Äh. Lagerfeuer wäre auch nicht gut. War auch gut. Ach ja. Hier bin ich. Stimmt. Ah. Genau. Ach. Es war musste sehr ein, siegne. Ich bin. Rogers. Ich bin mit dem Himmels os行. Und die hello. Ich bin mit uns. Diab travels mir trop. Ich bin. call damit Heft. hast du Kontakt?